aber verlassen oder wahrscheinlich ich glaube nicht dass ich da rein kann ich weiß ja nicht so richtig ob das zeichen freundlich bedeutet was das so zu sehen ist wir haben ja eigentlich sich das auch da unten fünf weil ich sag ja ich muss auf jeden fall leveln ganz kurz vor level 13 können uns ja so noch ein bisschen so ist die erze sie entstehen abhauen keine palz mehr hier ne ich überlege gerade hier brauche ich denn für eine fackel holz und stein okay ähm liegt hier was rum der ponos stein find's ein bisschen dunkel oder oder warte mal ne den können wir nicht abbauen aber den kann man mitnehmen ich brauche einen stein oder unterstrand okay ähm hallo stein ich habe unterwegs wenn ich so hätte sie gesehen hätte ich sie doch nochmal aufgehoben hier oben ist einer so was haben wir denn hier ne ja so meine werkbank habe ich da ähm wie rüstet man die denn jetzt aus ach so okay ach klar auch viel heller viel besser was ist das ich weiß ach ein depressor haben wir aber auch schon geholt gestern wird der schick fest ja perfekt ähm ein tombatt okay 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 das sieht ja mega cool aus ich bin mir noch nicht so richtig sicher ob das eine gute idee ist 200 damage wir stecken da so ein schau mal geht ne ouch okay wenn er jetzt nochmal sein ding macht okay okay na opock das war pockety pock champ cool tombatt taucht unvermittelt vor anderen palz auf und breitet stolz seine flüge aus ist schon nett noch mal die fackel wieder raus damit ihr was sehen könnt so eine kiste wofür man die goldmünzen braucht weiß ich allerdings noch nicht so so den nehmen wir mit wo wir hier landen okay wo bin ich denn hier eigentlich gerade oh warte mal hier ist unser lager ne hm oh so ups der knopf noch ein paar xp mitnehmen hier huch mann eigentlich hier was hast du denn gemacht naja das ist da unten so was haben wir denn da vorne da sieht nach was gefangenem aus da sieht auch noch nach base aus ok level 5 sollte ja machbar sein mal warte mal besser ok ja so von allen noch man kann auch einfach f drücken so das gehört jetzt automatisch mir wo habe ich mir denn die mühe gemacht eines zu fangen wollen ja gut nice dann haben wir jetzt auch einen das ist ja cool sonst ist da oben nichts da hinten wahrscheinlich auch nicht oder ich guck nochmal aber doch das das ist ein ei was bist du für ein ei ein ein zerfrucht ach ein zerfurchtes ei alles klar ok so da hinten habe ich gerade was grünes gesehen ich glaube da hinten ist unsere base so wir nehmen mal ein paar level mit nein du sollst keinen baum mann fällt doch keine bäume ach wo kommt die denn schon wieder her ach wo kommt die denn schon wieder her ich weiß nicht so richtig ok warte warte so tanze geht auch noch auf die nase oh den hände ich super gerne ne oh den hände ich super gerne ne so ein bisschen aufpassen mhm wäre super wenn ich den kriege bockchamp hammer jetzt können wir den anderen kicken oh ah ist klar sasha ey äh war der da hingekickt ok awesome haben wir so da kann man ein bisschen chillen und wir können mal kurz was essen da haben wir noch Püppelze so alle voll perfekt passt gut haben wir den auch oh den hätte ich auch gerne ich hätte sie alle gerne oh ist ein kleiner Jägel oder ja man das sieht so ekelig aus oh aua hoch der ist aber schnell ach man du sollst sie nicht töten ich hasse das ich pack den daydream glaube ich aus oder ich muss den das halsband abnehmen das ist so scheiße und der macht nichts solange ich nicht getroffen werde ne aber perfekt haben wir auch so unser erster blitz paar okay Luca zeigte halt durch warum na ach wenn ich höre dass der boss level 30 ist ich bin noch nicht level 30 erstmal mache ich einen Sammler einen Sammler und einen Leveler mache ich gerade und vielleicht finde ich auch mal so einen Schnellreisepunkt wäre vielleicht auch awesome ich würde mal einfach gerne hier gucken gehen aber soweit und geh mal da hinten hin ich weiß nicht sieht irgendwie so aus wenn hier was wäre ne ja das ist aber ein schöner großer Platz ha das wäre auch schön für ne base was man brauchen müsste das zu ladern also wohl ja hier hätte man auch bauen können hier wäre das aber da bin ich ja richtig am Ziel vorbei ich würde eigentlich hier hin ne hier langwürdig ja aber wär cool der Platz da oben sieht auch irgendwie aus wie so ein Eingang ja ne sieht aus wie ein Eingang naja naja oh das ist ne Höhle sieht sehr höhlich aus oder 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 sind das einfach nur ein paar Schatten ach das ist ein Dungeon Level 13 also theoretisch Sarah wir probieren es einfach mal oder ich meine ein Fuddler Gott ist der gold ist der goldig oh mein Gott der ist ja super cute komm mal her schauen wir mal ich finde sie aber alle knuffig ne so okay was haben wir denn hier so oh ähm okay ähm dass das geht hätte ich nicht gedacht mein Level 13er Boss sollte eigentlich ein Ornmao hübsch den muss ich mir nehmen Thorsten also wenn ich die nicht mitnehme dann habe ich ein Problem dann kriege ich auf die Schnauze okay hab's gefangen lassen ey ei 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 ist ein bisschen ui so ähm wenn ich da umgucke hakt so ein bisschen komischerweise aber Thorsten ist kein Gegner so warte mal ich hab anscheinend so keine Ahnung was wir hier für einen Boss haben oh der ist gesteckt warte mal wo ist meine okay ich glaub der war ein bisschen stark boah okay wir können da lang gehen oder da hab ich hier ne Karte drun ne hier gibt's eine Menge Erze die ich jetzt aber nicht einpacken möchte weil warte mal von kommen wir nicht von da oder kommen wir von da oh nein ich bin verwirrt äh ich lauf mal hier lang ich glaub das ist ne Kiste oh mein Gott ist der cute auch mein eigen okay steckt fest oh hier drun ist so ein bisschen ein bisschen leaky kann man das abbauen ja